Nur eine kann Germany's Next Topmodel werden, auch in der 14. Staffel 2019. Ist diese eine vielleicht Kandidatin Caroline? Wir wissen es nicht. Was wir aber wissen. Kandidatin Caroline tanzt für ihr Leben gerne und weiß, wie sie sich vor der Kamera bewegen muss. Du möchtest mehr über GNTM-Caroline erfahren? Dann bist du bei uns genau richtig, wir haben alle Infos über sie gesammelt. Die 21-jährige Caroline kommt aus Bremerhaven und studiert noch. Im ProSieben-Interview erzählt die selbstbewusste Blondine von ihrer Leidenschaft zum Tanz und ihren Vorbildern Heidi Klum und Beyoncé. Schon jetzt ist sie überzeugt, dass sie sich vor der Kamera gut präsentieren kann und immer das zeigt, was der Fotograf von ihr verlangt.